Samogitien, Zemeiteje in den schemaitischen Dialekten, Zemeitia in der litauischen Sprache, latinisiert Samogische, Deutsch auch Schamaiten oder neuerdings Niederlitauen, ist eine historische Landschaft im westlichen Teil des heutigen Litauens. Zu Niederlitauen gehören der Distrikt Taurage und der Distrikt Telciei. Hinzu kommen die ehemals südkurischen Landschaften Megove und Skles. Inoffizielle Hauptstadt Niederlitauens ist Telciei. Landschaft im Vergleich zu Augsteizien ist Zemeizien dünner besiedelt und stärker landwirtschaftlich geprägt. Der Name Zemeizien verweist auf den baltischen Volksstamm der Zemeiten. Zemei bedeutet Erde und Zemei unten, aber auch die ebenfalls baltischen Kuren wurden als Einwohner Samogitiens genannt. Niederlitauen liegt auf einem Höhenrücken. Nur wenige Höhenrücken im Osten Augsteiziens erreichen höhere Höhen als die Zemeiziens. Von dessen Fläche liegen zwei Drittel unter 100 Metern über dem Meer, ein Drittel zwischen 100 und 200 Meter, wenige Höhenrücken darüber. An einer Stelle 250 Meter. Von der höher gelegenen Region in der Mitte fällt das Geländniveau in alle Richtungen ab. Auch nach Augsteizien im Osten und zur lettischen Region Kurzseeme im Norden. Name und Sprache Die Ethnie der Samogiten taucht als Begriff erst 1215 in der Wolhynischen Chronik auf. Sie erwähnt im Zusammenhang mit der Politik Konrads von Masowin vor 1228 die Skuei, Prouteni, Lithueni und Shanmitei. Das namengebende Urzeemeiten lag im 13. und 14. Jahrhundert zwischen der Muserquelle, dem Oberlauf der Wenta im Norden, dem Stauseegebiet von Zarena im Nordwesten, der unteren Mietjove im Südwesten, der Memel im Süden und der Nevecis im Osten. Nur in den westlichen und südwestlichen Teilen des ursprünglichen Zemeiten ist Höhenland vorzufinden. Der Begriff Niederlande oder Unterland trifft nur auf die östlich gelegene mittellitauische Tiefhebene zu und dürfte von den Augsteizia vergeben. Wollensein, Wulfstern bezeichnete um 880 n. Chr. die Zemeiten als Sarmanten. Die zemeitische Sprache gliedert sich in drei Untergruppen, die westhemeitische, die nordhemeitische und die südhemeitische. Dabei unterscheiden sich wiederum die Dialekte der Regionen Telzii, Vanii und Rasnii. Geschichte Frühgeschichte Im 5. und 6. Jahrhundert siedelten im späteren Samogitien Volksgruppen der westbaltischen Kuren, der ostbaltischen Semgeln und die Gruppe der Karschauer, die wissenschaftlich nicht hinreichend geklärt entweder den Kuren oder den Zemeiten, möglicherweise sogar den Prusen, so so rechnen sind. Um 900 wanderten allmählich litauische Stämme ein. Bei der Verschmelzung dieser Bevölkerung steile überwog nach und nach die litauische Komponente. Der angelsächsische Reisende Wulfstern bezeichnete um 880 die Zemeiten als Sarmanten. Seit der Litauer Kriege im Hoch- und Spätmittelalter spielte Zemeizien in den Auseinandersetzungen zwischen dem Großfürstentum Litauen und Deutschem. Orden eine zentrale Rolle. Erste Versuche seitens des Schwertbrüderordens, die immer wieder in Liefland einfallenden Zemeiten zu unterwerfen, waren zunächst wenig erfolgreich. Ihre vernichtende Niederlage in der Schlacht im Land der Schauler 1236 zwang die verbliebenen Schwertbrüder, sich 1237 nach Intervention des Papstes Gregori X. dem Deutschen Orden anzuschließen. Wechselvolle Kämpfe gipfelten in den folgenden Jahrzehnten in der Schlacht an der Dorbe im Juli 1260. Durch die verheerende Niederlage scheiterte der Versuch des Deutschen Ordens, die litauische Bedrohung Lieflands zu beseitigen. Nach 1272 begann der Deutsche Orden die südlich Zemeiziens gelegene Landschaft Schalauen zu unterwerfen. Damit wurde Schameiten nördlich und südlich einer immer massiveren Bedrohung durch die hochgerüsteten Ordensritter ausgesetzt. Das nachhaltige Bestreben der Ordensritter durch Annexion Zemeiziens eine Landbrücke zwischen seinen preußischen Besitzungen und dem Meistertum Liefland wurde nach 1302 mit einer angestrebten Christianisierung der bislang heidnischen Litauer kaschiert. Im gesamten 14. Jahrhundert war Zemeizien den fortgesetzten Angriffen der Ordensritter preisgegeben. Das ohnehin dünn besiedelte Land wurde zum Schlachtfeld. Entlang der Grenzen des Ordenstaates und Zemeiziens war im Laufe der Zeit aufgrund der Verwüstungen und des daraufhin zwangsweisen Wehrlassens der einheimischen Bevölkerung eine breite, unbewohnte Wildnis entstanden. Dieses Niemandsland wurde zudem von litauischer Seite durch umfassendes Fällen von Bäumen noch weiter unpassierbar gemacht wurde. Damit wurden Überraschungsangriffe des Ordens enorm erschwert. Dennoch gelang es trotz ständiger Angriffe dem Orden nicht im unwegsamen Zemeizien nachhaltig Fuß zu fassen. Bestrebungen der litauischen Großfürsten Algierdas und Kestutis durch eigene Angriffe gegen das Ordensland die Übergriffe der Kreuzritter auf Zemeizien zu beenden, scheiterten angesichts der taktischen und rüstungstechnischen Überlegenheit des Ordens. In den Schlachten an der Strewa 1348 und bei Rudau 1370 wurden die Litauer Fürsten geschlagen. Nach dem Tod Algierdas 1377 kam es in Litauen zu Machtkämpfen zwischen den Thronprätendenten Wiedautas und Jogaila, in die sich der Orden mit zeitweiligem Erfolg einmischte. 1384 wurde zwischen Wiedautas und dem Orden der Königsberger Vertrag geschlossen, in dem Samogizien dem Orden versprochen wurde. Allerdings war Wiedautas war zu dieser Zeit nicht Großfürst. Durch die 1385 in Krewo vereinbarte Personalunion Litauens mit Polen infolge der Wahl Jogailas zum König von Polen konnte bei einhergehender Christianisierung Litauens die Vormacht des Ordens zumindest eingedämmt werden. Wiedautas wurde im Vertrag von Krewo die Würde einen Großfürsten zu erkannt, was diesem eine weitgehende Autonomie einräumte. Die territorialen Ambitionen des litauischen Großfürsten Wiedautas gegen die im Osten herrschende Goldenen Horde führte zu Bestrebungen dieses Großfürsten, durch eine Einigung mit dem nach wie vor an Samazien interessierten Orden seine westlichen Grenzen abzusichern. Das führte zum 1398 zum Vertrag von Salinwerder, in dessen Wortlaut C. Maizien an den Orden verpfändet wurde. Widerwillig wurde diese Abmachung auch am polnischen Königshof akzeptiert. C. Maiziens Liegenschaften verwaltete fortan ein Ordensvogt. Seit 1405 bekleidete dieses zunehmend schwierige Amt der spätere Hochmeister Michael Küchmeister von Sternberg. Mit der vernichtenden Niederlage Wiedautas in der Schlacht an der Worskla gegen die Goldene Horde im Jahre 1399 setzte ein entscheidender Umschwung. In dessen Außenpolitik ein, suchte er bisher den Orden zu gewinnen, um einen Rückhalt bei seinen strategischen Ambitionen im Osten zu haben. Ergriff er nun in C. Maizien die Initiative, er unterstützte indirekt die mit der Ordensherrschaft unzufriedene Niederlittor. Der Orden wurde dem ihn im Vertrag zu Salinwerder zu gebilligten Verwaltungsrecht in C. Maizien nie gerecht. Eine offizielle Bulle des Papstes aus dem Jahre 1403 vermochte ebenfalls nicht, administrativ begründete Übergriffe örtlicher Vasallen des Ordens zu verhindern. Der Widerstand der eingesessenen Bevölkerung C. Maiziens gegen die rigorose Eintreibung von Kirchenzinden sowie weitere kirchenrechtlich begründeten Abgaben provozierte überaus restriktive Maßnahmen des Ordens. Darauf folgte wiederum um 1409 eine umfassende Empörung des ansässigen Adels, der bis dahin dem Orden überwiegend loyal gegenüberstand. Klageschriften der unter der Gewaltherrschaft des Ordens aufbegehrenden niederlitauischen Bevölkerung erreichten sowohl die Kurie als auch. Zahlreiche Kanzleien europäischer Fürsten und die wichtigen Städte Westeuropas von Wiedauters begünstigt brach in Niederlitauen um 1400 ein Gerierkrieg aus, der 1409 in einen Aufstand unter ausdrücklicher Billigung des polnischen Königs Jogaila mündete. Diese offene Unterstützung des Aufruhrs in einem von Orden beanspruchten Herrschaftsgebiet veranlasste den Hochmeister des deutschen Ordens Ulrich von Jungingen, die Entscheidung auf dem Schlachtfeld zu suchen. Der daraus entstehende offene Konflikt führte in der Folge zur Schlacht von Tannenberg. Der entscheidende Niederlage des Ordens gegen die polnisch-litauische Union. 1411 musste der Orden im Erste Turnerfrieden 1411 Zemeizien wieder an das Großfürstentum Litauen abtreten. Im Friede vom Melnosee 1422-26 verzichtete der militärisch und politisch geschwächte Orden endgültig auf jedwede Besitzansprüche in Litauen, namentlich in Zemeizien. Nach 1425 nunmehr unabdingbarer Bestandteil des Großfürstentums Litauen, teilte Zemeizien die Geschicke dieser Nation. Als Herzogtum Samogizien war es einer Wojewodschaft gleichgestellt. 1569 wurde mit der Union von Lublin die polnisch-litauische Personalunion zur Realunion verbunden, was den polnischen Einfluss auf Litauen verstärkte. Mit der dritten polnischen Teilung 1795 fiel auch der Westen Litauens an das Zarenreich. 1919 und 1992 wurde Litauen nun auf das litauische Sprachgebiet beschränkt, wieder unabhängig. Im Jahre 1940 in der Folge der geheimen Zusatzprotokolle des Hitler-Stalin-Paktes durch sowjetische Truppen annektiert, gelang Litauen erst mit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahre 1990 die Loslösung aus dem russisch dominierten Staatsverband. Untertitelung des ZDF für funk, 2017